Hallo liebe Freunde, Partner und Kunden von Werk 2. Mein Name ist Nina Wagemeyer, ich bin aus dem Marketing-Team und heute zeige ich Ihnen mal, was ich besonders in der Weihnachtszeit gerne bei mir in der Küche mache. Viel Spaß dabei! Untertitelung. BR 2018 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 So, ich hoffe, Sie hatten Spaß dabei, mir zuzugucken, wie ich die Zimtplätzchen von mir backe. Lecker waren sie auch schon, aber kommen wir zu unserem Gewinnspielfrage, die noch fehlt. Und zwar, wie viel Eier habe ich benötigt für den Teig bzw. für die Plätzchen. Kleiner Tipp, es zählt das volle Ei. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Weihnachtszeit, Ihnen und Ihrer Familie. Und seien Sie dann bei den nächsten Türchen wieder mit dabei. Tschüss!